Seit heute Nachmittag steht fest, im Burgenland gibt es einen Fall von Geflügelpest. In einem Hausgeflügelbestand in St. Margareten wurde das Virus H5N8 nachgewiesen. Das bestätigt die Veterinärabteilung des Landes. Eine Gefahr für Menschen besteht laut den Behörden nicht. Christian Hoffmann mit den Details. Es ist der erste bestätigte Fall seit der österreichweit geltenden Stahlpflicht. Der Betrieb hier etwas außerhalb von St. Margareten ist gesperrt. Und 108 Tiere, der Großteil Hühner, sind von dem H5N8-Virus betroffen. Bei der Hühnerzucht handelt es sich um einen Hobbybetrieb und um keinen Wirtschaftsbetrieb. Wie von den Behörden zu erfahren war, soll schon in der Vorwoche ein Tier umgekommen sein. Der Besitzer ist aber noch davon ausgegangen, dass das Huhn unter normalen Umständen und nicht aufgrund der Geflügelpest umgekommen ist. Dann sind aber immer mehr Tiere verendet. Bis schlussendlich am Wochenende 28 Hühner hier hinter mir tot in einem Stall gefunden wurden. Der Besitzer hat daraufhin umgehend den Amtstierarzt verständigt. Eier dieser Hühner sollen im Umlauf sein, wie es heißt. Aber noch einmal der wichtige Hinweis. Für den Menschen besteht keinerlei Gefahr. Von uns aus geht es so weiter, dass der Amtstier jetzt morgen in den Betrieb fahren wird. Gemeinsam mit der Tierkörperbeseitigung. Es werden die Tiere gekeult. Die Kadaver werden dann solchen sicher entsorgt. Daraufhin wird der Betrieb gereinigt, desinfiziert. Und dann nach einer gewissen Zeit kann er wiederum besetzt werden. Der Besitzer des Betriebs habe sich an die Stallpflicht gehalten. Durch die Inkubationszeit sei die Krankheit aber erst jetzt sichtbar geworden. Der Tierhalter hat in der Vorwoche bereits die Tiere aufgestallt. Ob das genau der erste oder zweite oder dritte Tag war, kann ich nicht sagen. Im Umkreis von 10 Kilometern ist eine Überwachungszone gezogen worden, innerhalb derer alle geflügelhaltenden Betriebe amtstierärztlich untersucht werden.